Ich möchte einmal sehen, wie ein Mensch auf so einen Schuh läuft. Außerdem habt ihr euch völlig umsonst so schön angehust, wenn man es nicht sieht. Kannst du nicht mal einmal hier einen Modelgang machen? Oh, mach doch mal. Mach doch mal. Mach doch mal, aus dem Absitz. Ja! Vicky, willst du auch mal? Vicky, mach mal, los. Vicky, mach jetzt. Auch mal. Ja. Johnny darf sitzen bleiben, weil er sieht so normal aus. Johnny zeigt heute überhaupt null Beine. Ja, wir sind da sehr nett in Berlin. Wir lassen Bayern hier reden. Wie könnt ihr das denn besser? Nein, Johnny, im Ernst. Ich will jetzt nur noch mal wissen, ob es durch die vielen Sazine de Paris, die gibt es ja nur schon ewig und drei Tage. Meine Tochter, ich liebe sie. Sie haben eine Ladegur, where are you? Ja, wherever she is. Und, was weiß ich, Romy Haag bis Charlotte von Mahlsdorf, was ja auch eine besondere Spielform des Andersseins und Anziehens ist, ob es dadurch leichter geworden ist. Leichter geworden, mal so zu sein, mal so zu sein, mal so zu sein. Crossover. Ja, würde ich unbedingt sagen. Ja, klar. Also jede Person, die im öffentlichen Leben steht und die eine andere Präsentationsform hat als die normale, sagen wir jetzt mal einfach so, ist natürlich, sofern sie Erfolg hat. Wenn sie Misserfolg hätte, wäre es natürlich keine Person, die man verehrt. Aber solange sie Erfolg hat, ist es natürlich jemand, wo andere Leute sagen, ach, sie sind ja gar nicht mal so schlimm. Und Mary und Gordy machen jetzt auch Werbung für eine bestimmte Konfitürensorte. Das war mal ein Werk in der Schweiz, wo man sich dann noch was abfüllen konnte. Und es ist einfach, wenn die dann Erfolg haben, sieht man auch, dass es irgendwie nicht sexuell belegt ist, eigentlich auch nicht bedrohend ist. Ja, es gibt natürlich Leute, die davor Angst haben und damit nichts zu tun haben wollen. Aber das ist dann deren Problem, nicht meins. Weil ich lebe mein Leben, ich lebe nicht das Leben. Und Hauptsache, die anderen lassen es euch. Das finde ich ja den Witz an der Geschichte. Du, das nehme ich mir einfach. Die Freiheit nehme ich mir. Na, hau, hau. Nee.